Wirbeltust Der Wirbeltust ist ein rosablender Lippenblüttler mit schwachem aromatischem Duft. Die Bärelte eignen sich FRTs und Salate, die eine schwache Verdauung und empfindlichen Magenösterken. Auch bei Bienen und Schmetterlingen ist der Wirbeltust beliebt, daher ist diese anspruchslose sonneliebende Pflanze gut für den Naturgarten geeignet. Hauptanwendungen Verdauungsschke, Heilwirkung Etzringend, Abitiv-Absatzzeichen-Dent, Herzwirksam, Magenskind, Schleumel-Absatzzeichen-Send, Schweitreibend, Windtreibend, Anwendungsbereiche B.L.Hangen, Herz, Magen, Verdauung, wissenschaftlicher Name Klenopodium vulgare, Saturea vulgaris Pflanzenfamilie Lippenblüttler, Lamyasse Englischer Name Kommensavori, Wildbesel Volksemlicher Name Borstenbergminze, Borstige Bergminze, Gemeine K Absatzzeichen Lme, Wirbeltust Verwendete Pflanzenteile B.L.T.E. Inhaltsstoffe Trichelee, Vitulien, Chorefülle, Gemolkší Sammelzeit April-Juli Wirbeltust conséqui Gewürz Die frischen oder getrückneten BLTK-Absatzzeichen in als Gewürzspeisen zugegeben werden, hilft bei der Verdauung. Die frischen BLTK-Absatzzeichen in Salaten beigegeben werden. Tee 1T-Absatzzeichen fehl mit 250 ml kochendem Wasser bergen, abdecken und 10 Minuten ziehen lassen, abseihen. STRK-Tee die Verdauung Geschichtliches Wurde vor allem als Gewürz und zum Aromatisieren von Tees oder als Teeersatz genutzt. Die BLT dienten als gelb-brauner Farbstoff. Wird heute in Natur und Wildgten als Nektarquelle, Fr-Schmetterlinge und Bienen angebaut. Pflanzenbeschreibung Wirbeldurst Der Wirbeldurst ist in Europa heimisch. RWC-HST bevorzugt an sonnigen Stellen, Wehendern, Gipschsummen und Waldlichtungen. Die mehrige behaarte Pflanze wird zwischen 40 und 80 cm hoch. Die gegenständigen Bärälder sind oval bis endlich und bis 5 cm lang. Die rosarotten bis dunkelrosarotten Lippenblüten erscheinen zwischen Juli und September. Die Blüten sind etwa 2 cm groh und befinden sich an dichten Scheinquellen. Aus den Blüten entwickeln sich bis in den Herbst die Samenenden. Anbautipps Im Fülling aus N und Null ganz leicht mit Erde bedecken. Der Standort sollte sonnig sein und keine Staunen zu haben. Der Wirbeltost verbreitet sich Bär den ausluferartigen Wurzelstock von selbst weiter. Sammeltipps Die frischen Bärälderfr-Salate Kraut mit den Bärälderfr-Tees an einem luftigen Ort im Bende trocknen. Die getrockneten Bärälder vom Kraut abstreifen. Die Füllen Die frischen Bärälder Die frischen Bärälder